Ja Freunde, was geht ab? Hier ist Relit und willkommen zu einem neuen Video von SSS02 Ich bin leider noch ein bisschen erkältet Sorry nochmal dafür Ja meine Freunde, wir waren ja stehen geblieben bei einem Attentat Obwohl es jetzt schon ein Tag vorbei war Ah genau, wir haben ja diese Tür hier geerobert mit jemandem Das ist leider etwas schwer mir die Namen immer Moment Entschuldigung Es ist halt besonders schwer mir die Namen hier zu merken Weil Weil ich früher das viel besser konnte als heute Und ja, wir schauen jetzt einfach mal was es da erwartet und starten wir mal direkt mal Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und ihr arme Bianca, wenn hier etwas geschehen ist Aha! Oh meine Liebste Gott sei Dank geht es dir gut Ezio, das ist Bianca Bianca Ezio Entzückt? Also Ich weiß eure Namen aber nicht warum ihr hier seid Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo Könnt ihr mir helfen? Ah Es wäre mir eine Ehre Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei Äh Drei Um seine Streitmacht zu schwächen Was meint ihr was zu tun ist? Ich gehe Und bereite meine Leute vor In der Zwischenzeit Befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf Verstanden Ich werde mich darum kümmern Viel Glück da draußen Ezio Okay, dann Fangen wir mal an Da stand doch gerade was mit Selten befreien Egal Was ist denn ein Gesetz? Was ist das? Kommt zu Fancho Er hat für jeden genau die richtigen Stiefel Starter Venti Wir erinnern die Bürger daran Dass die Reparaturen an vielen Fründen der Stadt abdauern Bitte Habt Geduld Und lasst euren Ärger Nicht an den Arbeitern aus An alle Militär Bitte Dass in einer Woche ein Maskenball vor dem Palazzo Dandoro stattfinden wird Lebenserwartung Das war fänglich Das war fänglich Das war's für heute. Geh weg von mir! Oh, ich freue mich, das wird so geil! So, eigentlich habe ich aber ein bisschen mehr, aber es ist aber egal. So, auf geht's! Dieser Mann, ne? So, auf geht's! Dies? Er hat genug von dir! 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 Was ist das? Ich will nichts damit zu tun haben. Macht die Finger aus! Diese Hicker und die Hörstlinge. Nun, wie wir... Lagt euch etwas freuen? Ich habe auch Accessoires, um eure Erscheinung abzuwunden. Glaubst du, du kannst dich hier benehmen? Ich verbrück mich besser. Das ist zu viel. Misericordia, bitte bedürftet mich nicht. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Andiamo. Ich hoffe, ihr kriegt euch alle! Madonna, damit habe ich nichts zu tun! Ey, war das denn nötig? Madonna! Da eine finanzielle Mittel aufgrund der Verteidigung der ausländischen Interessen der Republik knapp geworden sind... Sieh! Mach ihn! Da! Hier! Schnapp ihn! Und jetzt wird der Nr. weitergekommen. Ich bin hier! Mach es! Ich bin ein paar Läser! 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 Lasst mich einfach gehen! Bitte! Jetzt! Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Ach, Blut. Gütiger Gott, was für Bestien hast du erschaffen. Frieden ist nur ein Wort. Jetzt haben wir unsere Leute gesammelt. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch weiter kurz, weil das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Und gehen jetzt direkt zur nächsten Aufgabe. Und schauen, was uns da jetzt erwartet. Weil ich glaube, das wird jetzt etwas blutig. Jetzt haben wir halt eine recht kleine Armee, der hätte mich auch viel mehr gefreut, wenn wir ein bisschen mehr hätten. Aber was soll's. Jetzt fahren wir hier rüber. Oh, das sieht ja mal schön aus. Zwei, vier, sechs, acht. Ja, wir werden schlecht, wenn es rüber so ist. Salve, Ezio. Willkommen. Und gut gemacht. Mein Heer erstrahlt in altem Glanz. Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Es sagt doch, ihr werdet kaum Gegner haben. Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Okay. Das hoffen wir mal, ne? Jetzt halt nur zur Stattinflation. Ach, das ist nicht der Entner. Komm, okay. Wer könnte sich vor solch einem Mann verstecken? Hier hast du nichts zu. Erkolo, schneidet ihm den Weg! Erkolo, schneidet ihm den Weg! Was macht er denn da? Ich bin der Mann. Da ist er! Lass mich los! Ich bin der Mann. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. 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 Das war's.